So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Also nicht neu, sondern ich tue es fortsetzen. Und zwar ist dieses Let's Play Sendrina. Sendit ist Lendrina, mein Deutsch. Okay, weil ich hatte ja letztens damit aufgehört. Und zwar mit Seller 2 habe ich aufgehört und mit Keller 3 will ich noch anfangen, aber ich hatte nicht genug Punkte dafür. Das heißt, wir spielen erstmal Keller 1 auf Medium, weil ich will nicht direkt verrecken, das wäre peinlich. So, jetzt gucke ich auf die Uhr. Okay. So, erstmal die Sensivity of Loud. Okay, wir wissen halt, wir müssen alle Bücher finden, um da rauszukommen. Die Logik kapiere ich nicht, warum man Bücher finden muss, um die Tür aufzukriegen, aber egal. Okay. Soll ich mal noch ein bisschen lauter? So, das geht. Und zwar erwartet sich hier uns noch ein paar Menge Jumpscares. Und ich habe noch einen Slendrina runtergeladen. Und zwar sind Slendrina das Krankenhaus. Das werde ich auch noch let's playen. Also es warten noch eine Menge Projekte auf euch. Und ein Glück, dass ihr schnell das Internet habt, weil damit kann ich dann... Oh, das ist ein Schlüssel. Damit kann ich dann Videos viel schneller hochladen. Das heißt, ihr werdet sehr viele Videos pro Tag kriegen. Also zwei Videos pro Tag Minimum. Was ist das denn, ey? Auf jeden Fall, dieses Spiel, ey, dieses Update ist riesengroß, ey. Hier gibt es drei Zellers mit Punkten, muss man die öffnen. Früher musste man sich die kaufen. Jetzt kann man die sich freispielen. Das finde ich irgendwie besser. Das ist ein bisschen zu lang. Oh, das ist ein Buch. Ja, bestimmt ist es jetzt hinter uns, ey. Nein, okay, das ist jetzt ein bisschen auffällig. Es ist zu ruhig. Es ist ruhig. Viel zu ruhig. Okay, die ist nicht da. So. Dann gehen wir mal weiter. Aber die ist kein einziges Mal erschienen. Das ist ein bisschen komisch, eigentlich. Na, ach, fuck. Meine Taschenlampe. Buh! Ja, natürlich wusste ich jetzt, was passiert, weil das ist immer noch alt vom anderen Zellendriner. Da darf ich mich jetzt gerade nicht erschrocken. Das war einfach nur simuliert. One key is used. Okay, da unten ist ein Buch. Auf jeden Fall werde ich noch mit ein paar Kumpels. Black Ops 2 spielen oder irgendein Kack spielen und Let's Play now. Boah, okay, jetzt habe ich mich wirklich erschrocken. Alter, Jumpscares hintereinander, ey. Das ist doch so kacke. So, ein Schrank. Ich hasse Schränke. Ein Schlüssel. Noch den scheiß Schlüssel. Noch diesen bekackten Schlüssel. Okay, dann gehen wir jetzt mal zurück. Oh Gott. Hier ist den ganzen Weg zurücklaufen. Da waren wir glaube ich schon drin. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal geradeaus. Ich hoffe, ich lau... Ah, gut. One key is used. Boah, Alter. Erschreck mich doch nicht, du dumme Fotze. Mein Gott. Das habt ihr jetzt nicht gehört, okay? Hier sind noch ein paar Kinder unter 18 Jahren. So, ich hoffe, ich schaffe es zeitlich mit dem Spiel, weil sonst muss ich das Spiel cutten und das wäre ziemlich nervig. Weil ich dann zwei Videos unterschiedlich hochladen muss mit unterschiedlichen Längen. Das heißt, ich muss jetzt schnell dieses Spiel durchspielen. Jetzt ist es wieder lang der Gang. Lang der Gang. Die erscheint nicht. Gut. Perfekt. Ich muss mich nicht noch mehr erschrecken. So, dann gehen wir jetzt mal nach links. Nach her. Boah, Alter. Boah, das passiert immer so unauffällig. Meine Fresse. Ich war noch ein Ticken lauter. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Aber Horrorgames war ich generell laut, damit man auch hier was hört. Und dass man sich auch selber erschreckt, ne? Das ist ja auch klar. Okay, da ist nichts. Da gehen wir jetzt mal weiter. Ich hoffe, wir finden noch eine Tür, ey. Das ist alles jetzt Zeitverschwendung. So, jetzt kommt. Jetzt muss doch irgendwas kommen. Jawohl. Türen ohne Ende. Oh, fuck, ey. Fuck, ey. Ich hab so Schiff. Okay, das war jetzt klar, dass die hinter mir steht. Das war jetzt klar. Alter, diese Sau. Okay, das ist mir jetzt neu. Das ist mir jetzt fucking neu. Dass da Blut ist, das war noch nie in Slendrina. Alter, ich trau mich nicht da rein. Natürlich braucht man dafür einen Schlüssel. Ah. Hä, da kam aber jetzt nix. Alter, ich trau mich nicht mehr weiter. Okay. Da ist ne Tür. Ne kaputte Tür. Alter. Du dumme Bitch. Habt ihr jetzt auch nicht gehört. Das sag ich alles nur aus Reflex. Boah, dieses Spiel, ey. Das kostet Nerven und... Nimm das Buch. Nimm das Buch. Noch das Buch. Okay, die erscheint nicht. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Das Spiel ist irgendwie ein bisschen verrückter geworden. Ich muss versuchen, das Spiel zeitlich zu schaffen. Okay. Okay, nichts. Nichts. Komm, ich brauch mal etwas wieder. Schlüssel, Buch, irgendwas. Irgendwas zum Einsammeln, irgendwas zum Anfassen. Ah, hier ein Buch. Bücher sind natürlich besser. So, jetzt komm. Komm raus. Komm raus. Ich weiß auch, dass du hier bist. Komm, los. Ich erschreck mich jetzt nicht. Komm. Ja, komm. Okay. Sie erscheint nicht. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Normalerweise erscheint sie um jeder Ecke. Deswegen hab ich mich früher nie erschrocken. Okay, das ist wieder der Blut. Oder das Blut. Keine Ahnung. Mein Deutsch. Alter, wie viele Türen hier waren. Boah. Okay, dann gehen wir jetzt mal weiter. Boah. Steht die. Biep. Hinter uns, ey. Okay, ich lauf jetzt mal ganz zurück, weil da waren ja noch andere Türen. Boah, dieses Spiel kostet Nerven, ey. Ich sag's euch. Boah, ich muss wieder zum Anfang zurück. Da waren noch Türen. Ey, wenn da jetzt eine Sackgasse ist. Sackgasse. Dann noch weiter nach rechts jetzt. Komm, schnell. Ich muss es zeitlich schaffen. Naja, egal. Dann macht ihr es halt zum großen Part. Da waren wir doch eben gerade erst. Oh mein Gott. Ich verlaufe mich doch... Ja, nein. Da waren wir doch schon. Alter, wo laufe ich denn hin? Da geh ich das mal hier hinten rein. Ja, okay. Das ist richtig. Hey, nein, hey. Wo ist denn lang? Ich kapier's nicht mehr. Boah. Ii. Dein Maul. Boah, ich musste WhatsApp vor der Aufnahme noch beenden, ey. Das ist mir peinlich. Okay, komm bitte, das ist der richtige Gang. Ich muss wieder zum Anfang zurück. Okay, ich glaube, das ist richtig jetzt. Ich hoffe, es verlaufe mich jetzt nicht. Jawohl, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Es sieht perfekt aus. Gut. Dann geh ich jetzt mal hier rein. Lock. Okay, da geht's rein. Oh Mann, nervt nicht WhatsApp. Okay, das ist noch ein Buch. Boah. Ii. So. Ich bin bloß lockt. Ich hab keinen Schlüssel. Na, geil. Hier müssen jetzt noch die restlichen drei Bücher sein. Wenn nicht, dann muss ich die Aufnahme wohl cutten. Okay, jetzt mach ich links rein. Ii. Ich hasse solche Gänge. Uah. Ii. Was bist du, bist du, ey? Boah. Alter. Was soll das? Mein Gott. Tut jama, so mich erschrecken, ey. Wie unhöflich ist das denn, Jürgitle? Geht das noch ein Schlüssel? Okay, jetzt hab ich mich nicht so ganz erschrocken. Na ja, okay. Da sieht man, dass das Spiel, äh, ii. Nicht so gruselig ist. Also am Anfang ist es richtig gruselig. Okay, Schlüssel benutzt. Ein Buch. Komm, nur noch ein Buch. Nur noch ein Buch. Nur noch ein Buch. Komm bitte, nur noch ein Buch. Dann schaff ich sogar vielleicht noch mit der Zeit. Komm, wo ist denn das letzte Buch? Ah, das ist ein Schlüssel. Perfekt, perfekt, perfekt. Wahrscheinlich in diesem Anfangsraum. Da war diese verschlüsselte Tür. Wahrscheinlich ist da das Buch noch drin. Okay, dann muss ich jetzt schnell suchen. Ja, ich tue jetzt gerade so schnell, so schnell, äh, reden. Nein, ey, ich tue schon halbwegs rappen. Okay, komm, let's go, let's go, let's go. So, jetzt geradeaus, 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 geradeaus. Da war der komische Gang. Ich geh jetzt einfach nur durch, ich geh jetzt einfach nur durch. Uah, ii. Ich krieg Gänsehaut, ey, Gänsehaut, bruh. Okay, los, 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 los. Verschlüsselt. Ein Buch noch, ein Buch noch, ein Buch noch, komm. Nein, und natürlich war da nichts drin, äh. Oh, ist das gerade nervig. Dann muss ich halt wieder noch da lang. Hier hin. Dann da lang. Hey, hier war ich doch eben gerade. Wo war hier das Buch? Scheiße, wo ist denn das Buch? Ey, wenn ich jetzt nicht weiß, wo das Buch ist, ich geb mir den Kopfschuss. Ah, da war er noch nicht drin, äh. Hier ist ein Buch. Ich will noch wissen, was da hinten ist. Run to the exit door. Los, 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 schnell. Wenn ich das Ende nicht noch packe, aufzunehmen, dann wisst ihr auf jeden Fall, ich hab's geschafft. Na, okay, ich bin jetzt eh gleich da. Okay, also dieses Spiel war jetzt gerade einfach, okay. Okay, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Loool. Verpiss dich. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part. Wahrscheinlich mache ich heute noch einen Part. Wer weiß, wer weiß. Okay, dann mache ich... Dann warten wir noch auf den nächsten Part. Was? Lol. Okay. Leute, macht's gut. Ich geh da mal offline. Werbung, Werbung. Geh mal, geh mal, geh mal. little сум cay. Was wünscht sich? guiding vereint haben. Naast. Anast.